So, Tag 2 von 4. So, ich spiel jetzt einfach mal Sniper, weil ich es gar nicht kann. So, ich schaff, dass wir in Kontakt sind oder unsere Annäherung von konstantem Beschuss berichtet. Und jetzt müssen wir einen kurzer barrikadierten Feind erarbeiten. Wir werden den Feind Sektor für Sektor besiegen. Mhm, so ist es. Feuerschaden, genau da!